da sind wir auch direkt wieder da nachts in der krakenakademie im büro des vermeintlichen schuldirektors ein pinguin kostüm, ja mann das ist der schuldirektor so sexy Ich weiß, die Ehrs sind echt. aber jetzt verstehe ich den katzenkratzbaum der direktor der krakenakademie ist ein catboy ich will doch schon mal hier bin wenn ich doch schon mal hier bin wo ist die alte noch da? da ist auch der Zucker schon sehr schön gut, dass wir noch mal hingeschaut haben naja, die Algierkarten brauche ich bald noch nicht naja, die Algierkarten probieren weicher Snack ah, danke, um, um, um ist der lecker oh haha äh, warte haben wir noch hier was von dem Einschlaftee? kann es das vielleicht sein? dass wir da auslaufen sollen und Schlaftee machen müssen ne, Schlaftee konnte ich das nur für den Lord benutzen jetzt wollen wir mal hier vielleicht noch irgendwas zu holen ja auch nichts hm schwierig ist dieses Spiel, wo man nachdenken muss ja 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 er mag Mepsi nicht was ist ein Mepsi? ach ne ach ne guck mal auf den Tacho, jetzt russle ich doch meine Mutter nicht mehr an Kollege guck mal auf die 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 Das ist so geil Ah, der hat tanzenlos drauf das ist ja cool aber schon mal schön zu wissen, dass es hier nachts okkultisten gibt ich habe hier schon angequatscht was ist, sagt sie irgendwas anders drinnen? äh ok, wissen wir schon mal bescheid ach ja, das war's mit den Entchen ich bin froh, dass übrigens alles über Clicktime-Event gelöst wird und nicht über wirkliches Wissen ob das nix interessantes ist Beziehungsweichgeber das war jetzt alles, was wir hier noch machen können fürs Erste ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh natürlich, sowas habe ich immer bei Rase auf dem Electionook Einfach mal gucken, ob die Altes Wasser hat Oh, heute regnet es. Das stellte ich mir aber lustig vor. Ja, direkt auf Kätzchen. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, in dem Spiel nicht mehr weiter. Hier muss ich zur Bandprobe. Nein, ich bin der neue Keyboarder. Ja. Kommt doch an, weil du kein Hauptcharakter bist. Interessant, was wir alles so verläuftig kennenlernen. Ich feiere ihre Kette. Ich will die haben. Das alte Meister der Malerei war keine Staubsauger. In einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit, wäre ich vielleicht etwas überrascht, aber wir nicht. Hier sind alles nur wieder das gleiche. Ja, ja, der muss ich noch zusammen für den Kuchen besuchen. Ich muss, da habe ich ein neuer. Okay. Ich will was auf der... Bankenstation, nein. Hm. Wird hier jemand anderes im E-Rat-Zimmer vielleicht? Immer noch nur unsere Verrückte. Ah, ich kann es aber so noch mal zu dem Direktor gehen. Das ist ja cool. Hier noch irgendwas? Irgendwas. Mitnehmen. Oh, ich habe da gerade eine ganz unheimliche Idee. Ich habe gerade eine sehr seltsame und etwas dankhafte E-Rat. Ich will mal gucken, ob die funktioniert. Ich will mal gucken, ob die funktioniert. Bei jeder Art von Verstopfung. Hm. Eier brauche ich noch? Eier brauche ich noch? Ich mache mir erst mal die Band. Vielleicht schaltet das neue Sachen frei. Feuer speichern wir noch mal. Neuer Raum, neue Sachen, neue Möglichkeiten. Schmocktrumpfung gibt immer 110%. Okay, ich mache mir noch mal die Band. Okay, ich mache mir noch die Band. Wenn du jetzt das Kimo mit einer hat fest und spielst mit einer weiter, das ist hellenhaft Schmockton Ich schenke dir ne Mepsy Energie Ja Ich hoffe, dass du doch die Giraffen hab Nicht hoch als ein Giraffe, der den Kopf sinkt Ich glaub, ich hab alles was ich über sie weiß Ja klar Mittwoch fahrt zu der Busseitstelle Sollte Cafeteria Ich nehme kurz mit einer Bandprobe, ok Außerdem hab ich jetzt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Energy Ich glaub, er hat immer noch Eier braucht Ich glaub, er hat immer noch Eier braucht Diese komischen Schlüssel für den Hausmeister Ich hab noch mal ein bisschen Zimmer durchsuchen Ja, ich hab schon besprochen Das ist alles für seine Katze, ja, der Direktor ich mag keine spiele wo man so viel denken muss dass wir alles haben und 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 Hier kann ich was über mich eintragen. Hmm. Hier kann ich was über mich. Ich glaube, es ist hier wirklich nicht mehr. Ich werde dann erstmal hier Schluss machen, speichern gehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder aufgeht in die Kraken-Academie, es ist eine etwas kürzere Folge muss ich sagen, aber ich werde erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Auf meinem eigenen Spielstand. Bis zum nächsten Mal wieder und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.